Ja Ist das ein Cozzy-Farm-Game? Das genaue Gegenteil von... Achso, ja! Das ist aber gut, okay. Warum nicht, ne? Was dem einen gefällt, muss dem anderen noch lange nicht gefallen. Ist doch so, ne? Jeder hat ja so seinen eigenen Geschmack. Das ist auch gut so. So, hier waren wir doch schon, oder? Ach nee. Wär auch schade, wenn wir alle dasselbe spielen würden, oder? Aber wenn's euch doch gut geht, ist doch alles super. Ist doch alles schön. Okay, hier waren wir glaube ich schon gewesen, oder? Ne, sieht irgendwie alles gleich aus. Naja. So. Ich muss dem roten Rohr folgen, oder wir. So, wir spielen aber heute auch noch was anderes. Ach, von dir, Sleppert. Ah, dann vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke dir. Das ist ja lieb. Ich hab mich grad schon so ein bisschen gefragt, so, woher das Endlein kommt, oder die Enden. Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dank. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich... Okay. Ja, ich glaub wir sind im Kreis gelaufen. Glaub ich zumindest. Mussten wir nicht da hin? Hä? Achso. Ja, danke Sleppert. Ganz, ganz herzlichen Dank. So. So, ich muss auch leider direkt mal in den Lurk. Die Miezen hätten gern ihr Dinner. Achso. Ja, du kannst ja Ausrufe Zeichen Lurk spielen, äh, Lurk eingeben. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch so ein Command. Ich glaub, Shoutout haben wir auch, ne? Ja, dann viel Spaß im Lurk. Und dann noch mal. Oh, hier sind Spinde. Hab ich gar nicht gesehen. So. Kannst du Credits? Neh mal mit. Ne, das ging irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr, wie das nochmal geht. Ja, hier waren wir gerade schon. Wie war denn, wie war denn dieser Kommanden nochmal mit dem, mit dem Shoutout? Oder Shoutout nennt man das ja, ne? Da muss man, glaub ich, den Namen mit eingeben. Die UJC-Familie wünscht Ihnen einen United-Tag. Hm. Ein United-Tag. So. Hier lang. Waren wir hier schon? Gerade. Ahja, sind wir da lang? Genau, hier sind wir nicht lang. So. Hm. Wieder ein Wasser. Da schwomm irgendwas. Das ist nicht gut, ne, oder? Das ist gar nicht gut. Oh, da ist wieder so'n Ding. Das machen wir mal klein. Öh. Öh. Uppala. Vorsicht's halber. Das ist auch so'n dickes Ding? Das nicht, ne? Ne. Öh. Da oben. Öh, so ne Eiche. Öh. Na toll. Aber ganz ehrlich, für die Credits geh ich hin. Sieht ein bisschen aus wie die Stranger Things Blume, ne? Hier. Wieder Demogorgon. So. Was? Ah! Wo kommt das denn jetzt her? Okay. Hm, nicht ganz, aber das könnte es auch sein, ne? Aber es gibt da, glaube ich, über Stream-Elements auch so ein Befehl. Okay. Waren die Buchstaben und Zahlen noch für irgendwas wichtig? Sieht so komisch aus. Hallo? Das ist ja toll. Pinkelt jemand? Willst du die reden? Das bin nicht ich. Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin? Oh, 3D-Drucker. Schön. Haben wir was zum Sammeln? Ne, okay. Ich guck mal eben. Wir können was verkaufen. Freie Auswahl. Hm. Klingt ein bisschen wie beim Spielautomaten. Freie Auswahl. So, wie alter. Wir haben 1.157. Da können wir uns eigentlich die Schrotflinte gönnen, ne? Ja, könnten wir uns eigentlich gönnen. Mach ich mal. Wollen wir irgendwie haben? Qualitätsprüfung bestätigt. Okay. Schick. Haben wir noch 357. Äh, ja. Reich, glaube ich, für nichts weiteres, oder? Ja, hier. Aufladerate. Aufladerate. Zusätzlich hier Kühlkörper. Okay. D-d-d-dum. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. 900. Was haben wir hier noch Schönes? Für 600 mehr Schaden. Oder für 900 mehr Schaden. Also, der Nahkampf ist schon... Man spielt schon sehr viel mit dem Nahkampf. Deswegen würde ich vielleicht... 2700! Was? Uff. Okay. Auf 900 sparen wir jetzt erstmal. Auf den... Huch, was? Stell das Waffenwechselmenü. Tippe die Rechts-Taste, um das Schnellwaffenmenü für Waffen aufzurufen. Tippe die Oben-Taste und Unten-Taste, um eine verfügbare Waffe auszuwählen. Drücke die Taste X, oder drücke die X-Taste, um die ausgewählte Waffe auszurüsten. Waffen können auch aus dem Inventar ausgewählt und ausgerüstet werden. Das ist sehr schön. So, probieren wir direkt mal aus. So, das ist die Neue. Achso, okay. Gut. Haben wir das auch. So. Dann dreh ich mal am Rad. Oh ja. Die lassen Geld fallen. Und leben. Sehr schön. Ich würde aber trotzdem die andere Waffe wählen. Und die Flinte nur für besondere Fälle. So, wir haben am Rad gedreht, das was gemacht hat. Wahrscheinlich das Wasser abgelassen, oder? Nee. Hä? Oder da aufgemacht. Okay, da müssen wir hin. Oh nein. Im Wasser kommt jetzt was. Da wette ich mit. Oder? Nein. Bitte nicht. Ich bin auch so jung. Oha. Das ging gerade eben gut. Nein, wieder im Wasser. Na toll. Ja, Gesundheit. Gesundheit ist mein bester Freund. Gesundheit. Gesundheit. Mit Gesundheit hab ich immer gelacht. Wer hätte das denn schon gedacht. So. Mein bester Freund Gesundheit. So. Wir sind wieder irgendwo oben. Immer noch in der Abwasser. Gott. Hör auf. Was ist das? Du stinkst nach Magie. Du hast noch einen halben Kopf. Hör auf damit. Natürlich treffe ich ihn nicht. Auf Nummer sicher gehen. War das nicht sogar eine Errungenschaft? Wenn man beim ersten Gegner, beim allerersten Mal, wenn man das Spiel spielt, drauf tritt. Dass man die Trophäe kriegt, äh, oha, auf Nummer sicher gehen. Ist der alleine? Nein. Natürlich. Na, warum denn nicht? Aua. Scheiße. Aua. 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 Ich glaub, ich muss zum Kieferorthopäden. Bin mir nicht sicher. Hm. Geil. Diese Animationen sind schon schick. Muss ich sagen. So, machen wir das noch mal von vorne. Hallo. Sei ge... Hä? Achso. Wolltest du andersrum kämpfen? Sag's doch gleich. Ich kann dich auch nach hinten übeln. Ist doch gar kein Problem. So. Komm mal her. Komm mal zu Papa. So. Gib mir ein bisschen Gesundheit. Und ich bin glücklich. Unzufrieden. So. Jetzt kommen zwei, ne? Der eine kommt von da hinten. Der eine von da. Oder sind's drei? Ich weiß es nicht. Aua. Alter. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Muss mich aber eben heilen. Warte mal. Scheiße. Heil dich! Okay. Das war's. Das war's. Das ist der normale Schwierigkeitsgrad, ne? Ich will's so sagen. Ich bin mir noch nicht so ganz affin, wie wir das machen mit dem, mit dem Spucker. Das ist ein bisschen... Der Spucker ist ein bisschen blöd. Da muss man irgendwie... Ich weiß nicht, wie man sonst ausweicht. Man kann ja nur rennen, eigentlich. Wo kommt der denn? Der eine kommt hoch. Ah, der Spucker ist da. Okay. Aua. Hör auf damit. Äh. So, ein bisschen Leben. Wo ist der? Der kommt, ne? Na, komm so, Papa. Komm. Ich hab da was für dich. Guck mal. Ah. 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 Natürlich. Klar. Ganzhaft jetzt. Okay. Die Taktik war gut. Den einen erstmal zu erledigen und die Schrotflinte zu nutzen. Ja. Das war, glaube ich, äh, hilfreich. Sollten wir, glaube ich, beibehalten. So, der geht ja ganz gut weg hier, ne? Den kriegen wir ja ganz gut hin. Oh, mein Neueres. Wieder eine Runde Baseball. Woo. Mach mir noch einen Home Run. Komm her. Buddy. Mom zu Papa. Na, komm. Ach, andersrum kämpfen. Sag's doch einfach. Der ist immer noch nicht tot. Was ist denn mit dem? Jetzt aber. So. Jetzt bleibst du auch tot. Nein. Nicht die Leiter wählen. Ah. Das ist jetzt blöd. Da war das Item genau mit der Leiter verbunden. So. Munition. Nehme ich mit. Okay. Äh. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal den Spucker. damit der wegkommt. Na, komm mal hin. Ich würde sagen, wir nehmen. Oh. Boah. Der andere ist, glaub ich, tot, ne? Oder? Ja. Ich glaube schon. Aua. Ich hatte nur noch einen Arm. Du machst keine Fügerscheine mehr. Mann, wie die manchmal ins Bild fliegen. Alter Schwede. Erdbeer. Lecker. Ich liebe Erdbeeren. Also. Äh, was? Oh, really? Alter. Ernsthaft? Höhööööööö, lass mich. Nein, lass mich. Höhöööö, hör auf! Höhööö. Nein, höhöööööö. Das ist unfair. Okay, was ich eigentlich sagen wollte, die Marmeladenfreunde unter euch, die kommen heute voll auf ihre Kosten. Und wieder von vorne. Hm. Moin. Ich wollte doch Waffe wechseln. So, Kopse noch mal. Neue Runde, neues Glück. Na, ich hab geblockt. So, jetzt aber. Äh, Flinte. Das ist ja blöd, dass da hinten noch welche kommen. Das ist richtig kacka. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, der ist schon tot. Okay. Oh, der ist schon tot. Na, komm her. Komm. So. Heißt für uns. Leben. Das Problem ist, sobald wir an die Kiste gehen, komm. Oh. Ich sehe was. Oh, ich sehe was, was du nicht siehst. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen vorhin. Oh. Augen auf beim Eierkauf. So, warte. Moment. Bamm, Junge. Ah, da ließ sie aber nieder, wa? Oh. So, Gegner platttreten. Gibt immer Kohle und Muni. Der nicht, aber der glaube ich, ne? Ja. Der gibt noch ein bisschen n Energie-Riegel. Inventar voll. Kann gar nicht sein. Warte. Der ist so. Vielen Dank.